Und damit herzlich willkommen auf meinem Rosting Kanal und zu einer weiteren Runde mit Five Nights at Treasure Island, The Lost Ones. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir Nacht 1 überstanden und heute gehen wir mal Nacht 2 an. Nacht 2, Location, Treasure Island, 4, 3, 2, 1, 0. Ich bin aber gespannt. Overcharge the Lamp to scare off the creatures of the dark. Overcharge the Lamp. Heute ohne Mausanzeiger, ne? Stört nur, oder? Oder soll ich lieber mit Mausanzeiger? Dann müsst ihr es mir natürlich in die Kommentare schreiben. Klar, ne. Ich mache nur das, was ihr mir sagt. Uh, overcharge the Lamp. Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich hier was drücken? Irgendwie ein Gimmick war denn nicht. Wie ist denn ein Gimmick? Das ist der Alarm. Keinmal eins. Muss man mal hier durcharbeiten. Das ist der Alarm. Wir müssen das hier am Auge behalten. Die Kamera 6 und die Kamera 3. Wo ist er jetzt unser Freund? Ich weiß es gar nicht mehr. Was wir hier... Oh, overcharge the Lamp. Gab es ja nicht irgendwie... Muss ich hier nichts drücken. Das ist der Alarm. Basement. Diese Geräusche. Er ist noch hier, der Kollege. Er ist in 2. Und hier ist niemand. Wir haben eine Stunde überlebt. Ich weiß es nicht mehr, wie wir hier... Oh, what? Und du? Das Spiel plötzlich abkaut. Das Spiel ist abgehauen. Oh. Er steht auf. Overcharge the Lamp. Kann man hier nichts tun? Wo ist er denn jetzt? Gibt es hier kein Gimmick. Ein kleines Gimmick für mich. Wo ist er denn jetzt? Ah, da kommt er schon. Oh. Ah, der Spieler zeigt immer noch diese Atmosphäre, die mir so viel Spaß macht. Oh, er kommt. Er wird wahrscheinlich gleich auf Kamera 6 sein. Ja, leckts, wir marschen. Nice. Nice. Oh, das Spiel ist schon krass. So, von der Effekte her. Boah. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Mal eine gute Idee. Aber dass es hier kein Gimmick gibt, oder so. So ein... Oh. Nummer 3. Wo ist er denn jetzt? Oh, 2. What? Oh, er ist da oben. Dann kommt er von links. Ein von rechts. Er kommt von rechts. Er wird von rechts kommen. Ah, aber er wusste, er kommt von rechts. Ich hab's gewusst. Oh, kein Gimmick. Was war das? Da hat sich doch gerade was angezeigt, oder nicht? Oh, er kommt von links. Er kommt von links. Er kommt von hier. Ja. Er macht gleich die Tür auf. Freunde, bereitet euch drauf vor. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt gleich von links. Hier kommt er durch. Von links. Zeig dich. Äh. Das ist gemein. Zeig dich. Zeig dich doch. Er hat die Tür zugemacht. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Gibt's das? Er spielt mit uns. Mich juckt's. Mich kribbelt's. No. Wo bist du denn? Wo ist er denn? What? Wo bist du? Wo ist er denn? I hear you. Nein. Ich will doch... Oh. Gott im Himmel. Da tut man total überreagieren. Wo ist er jetzt? What? Was geht da ab? I work in the darkness. Oh, ist das creepy. Ich brauche einen Schluck zum trinken. Das finde ich so creepy. Oh. Bis... 4 Uhr. Oh, er kommt, oder? Er kommt! Irgendein kleines Gimmick wäre versteckt. Aber ich glaube, so ein Gimmick würde vielleicht auch die Atmosphäre von dem Spiel kaputt machen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es halt gern, so ein kleines Gimmick. Was geht hier ab? Oh, er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Wo bist du? Was? Wo habe ich jetzt? Das habe ich noch gar nie herausgefunden, dass man da oben was machen kann. Was ist das? Mit Schadsteller. Das Licht! Ich hätte zum Licht müssen! No! Ist rechts der Alarm und links die Tür oder was? Äh, links ist Licht! No! Continue! Nein! So kurz vor dem Ziel! Ich habe das noch gar nicht gesehen, dass man nach... Wenn man mit der Maus nach oben geht, dass man dann zu dem Licht kommt. Oh no! Dammt! Verdammt! The cameras can be an advantage. Make sound against those who cannot see. Zu viel Input, wo ich nicht verstehe! Shit! Aber was kann ich mit dem Licht machen? Ich glaube, ich muss... Press L to turn off the lamp. Move cursor to the top. Das sagt er mir jetzt beim zweiten Mal! Das sagt er mir jetzt! Leute! Muss ich dann... Was? Das sagt er mir jetzt! Ah, das ist ja unfair, oder? Ah! Da muss ich L drücken! Wenn er dann in der Tür ist! Ah! Ich muss das Licht ausmachen! Oh, Mann! Nur mal checken, ob ich das nochmal... Da war gerade einer! Wenn ich jetzt den L drücke, dann macht der Blitz! What the hell? Aber das sagt er mir jetzt! Nach 120 Versuchen! So kurz vor knapp... Kurz vor 6 Uhr sagt er mir... Ach ja! Ich erkläre dir das mal beim nächsten Mal! Vielen Dank! Also wenn er rechts kommt, Alarm! Links Lampe! Wenn ich die Lampe abmache, komme ich aber in... Komme ich nirgends anders mehr hin! Das Spiel ist richtig heavy, oder? Da ist er noch! Das sind zwei! Das ist die Komplik!! Der und Skeletto!! Der! Die Lampe! Ich erschrecke mich immer wieder! Meine Fress... ich hoffe ich krieg das jetzt auch hin ansonsten bin ich etwas überfordert ansonsten bin ich aufgeschmissen auf aufgeschmissen aufgeschissen ich hoffe ich mache es dann richtig ansonsten hat houston ein problem leute wo ist er das haben wir schon mal hinbekommen boah das spiel ist sowas von grandios er ist da oh leute macht die lampe mal wieder ab what in the darkness ich bin im dunklen aha du spielst sowas von grandios schreibt mir doch gerne dann in die kommentare wie euch das spiel gefällt oh no ich glaube das war nicht gut ich glaube das war nicht gut alter mann da hast du einen fehler gemacht alter mann da hast du einen fehler gemacht er ist immer noch hier ich glaube es geht nicht gut ich habe angst ich weiß was ich tun soll weil er ist da oben und ich möchte es nicht unnötig meinen jetzt ist er wieder weg das land mal abmachen ich weiß es nicht ich weiß التや es nicht ich weiß nicht in der darkness was was w w w w das ist krass das ist krass freunde er kommt da kommt er da kommt alles roger Mann, 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 Mann. Oh, mich juckt die Nase. Und gerade L ist so blöd an der Tastatur. Oh, no. Oh, no, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war... No. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Leute, ich bin etwas sprachlos. Es tut mir leid. Aber ich glaube, ich habe es verzockt. Oder auch nicht. Oder wohl oder übel. Komm, komm, bitte. Was hätte ich jetzt tun sollen? Ach, Mann. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, man braucht nur den Alarm. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber J.J.L.M. To scare of the creatures of the dark. Habe ich doch getan. Habe ich doch getan. Mist. Mist. Mann, Mann, Mann. Ich weiß es nicht. Das ist nicht unfair. Da steht er wieder. Ich habe keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Kein blassen Schimmer. Ich probiere es jetzt noch einmal. Letzter Versuch auf jeden Fall. Momentan nicht. Dann müsst ihr mir helfen. Dann müsst ihr mir es in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache. Das Licht abmachen, wenn er dann in der Tür steht. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und immer so kurz vor knapp, gell. Ich drücke einfach mal ein Bild drauf los. Warum auch immer. Da ist er. Da geht aber dann auch nicht weg. Ich weiß es nicht. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann... Dann habe ich keine Ahnung. Jetzt kommt eh gleich wieder der Blitz. Jetzt trifft uns gleich der Blitz beim Kacken. Das geht nicht weg. Ich bin weg. Keine Chance. Ich bin weg. Jetzt geht er weg. Komisch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Bin ich zu blöd? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Da hinten kommt der Schwerder. Wenn ich es nicht abmache, was passiert dann? Hau dann ab. Ich weiß es nicht. Oder muss ich warten, bis er näher dran ist? Ah, bis dieses Klopfgeräusch vielleicht und dieses Bum-Bum. Das ist jetzt noch die einzige Theorie, die ich hab. Wisst ihr, was anderes fällt mir jetzt absolut nicht ein. Dass wenn er poltert, der Poltergeist, dass man dann eventuell zünden muss. Also überhitzen muss. Aber er steht doch schon viel früher in der Tür, oder nicht? Ah ja, es ist bald soweit, Leute. Es ist bald Zeit zum Überleben oder zum Abtreten. Und wenn wir jetzt wieder nicht parken, oder ich, oder mir zusammen, dann bin ich enttäuscht. Dann fällt mir auch nichts mehr ein. Das Spiel macht so viel Spaß. Vor allem wegen dieser absolut genialen Atmosphäre und diesen... Das hat gepoltert. Lade dich auf. Thank you. Wo ist der andere Freund? Oh Mann! Ich bin total verrückt hier. Das Spiel macht mich verrückt. Das Spiel macht mich verrückt. Jetzt wird es interessant, Leute. Es ist wieder kurz vor knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Help me. Please help me. Nein. Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Options? Nee. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich falsch mache. Ich werde es nochmal probieren. Aber ich werde jetzt diesen Part beenden. Schade, schade, schade. Weil ich muss jetzt auch noch hochladen. Und sonst wäre der Part auch noch viel zu lang. Mist, Mist, Mist. Ich bin enttäuscht. Wie gesagt, ihr könnt mir helfen, indem ihr in die Kommentare schreibt, was ich machen muss, wenn nach 5 er in der Tür steht. Licht aus oder flaschen? Schreibt mir bitte und hilft mir. Ich wäre euch sehr verbunden und sehr dankbar dafür. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Das war Five Nights at Treasure Island. The Lost Ones. Nach zwei gescheitert. Dan failed. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal auf meinem Rostigenknall. Schön mit den Fingern, der Rotz. Goodbye and goodnight. Euer Rentner. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.